Das Haus, und das sage ich euch in aller Ruhe noch einmal, mein Haus gehört mir. Ihr könnt mir weder den Strom abklemmen, noch könnt ihr mir das Internet abklemmen, noch könnt ihr irgendwas in anderer Art und Weise machen, dass ich aus diesem Haus geschmissen werde. Dieses Haus gehört mir. Ich stehe im Grundbuchamt drinnen, ich stehe in den gesamten Gesetzbüchern drinnen für dieses Haus, was den Besetztum angeht. Es ist mein Haus. Niemand kann mich aus diesem Haus rausschmeißen, es sei denn, es ist ein Gerichtsvorzieher. Und dass das der Fall ist, könnt ihr vergessen, weil so viele Schulden habe ich nicht, auch wenn es anders aussieht. Wie bitte? Ihr könnt mir weder den Strom abklemmen. Und dabei gibt es noch eine Info. Und zwar die Info, und ich habe nicht geweint, ich habe nur geschwitzt, weil ich war unterwegs, die Info, dass ich keinen Strom mehr habe. Noch könnt ihr mir das Internet abklemmen. Und die Hater haben es tatsächlich geschafft, herzukommen und das Glasfaser kaputt zu machen. Sie fügen jetzt aktuell mir einen finanziellen Schaden zu, weil ich ja deswegen keine Videos und keine Streams machen kann. Dieses Haus gehört mir. Ich stehe im Grundbuchamt drinnen, ich stehe in den gesamten Gesetzbüchern drinnen für dieses Haus, was den Besetztum angeht. Es ist mein Haus. Das Haus ist jetzt so gut wie verkauft. Das heißt, ich habe ja eigentlich, ich fahre, ich ziehe zwar erst nach dem, nach diesem Jahr aus, weil dann kann ich ein schönes neues Jahr beginnen. Das ist mein Haus. Das ist mein Haus. Das ist mein Haus. Vielen Dank.